hallo hier ist der martin von meinem mann hier ist das die dax analyse für nun donnerstag den fünften ersten 2023 und gestern hat man noch leicht ironisches stärkebild hier drin haben unseren dax ein bisschen auf die schippe nehmen wollen weil er auf natürlichen wege eigentlich nicht so viel stärke zeigt aber muss man respekt sollen das kann man nicht anders sagen das hat er richtig stark gemacht und das sieht auch gut aus und wir hatten gestern gesagt er hätte chancen unten weg zu kippen aber ich will ihn eben unter der 14 1 45 sehen 14 1 50 da sollte drunter vorher hatte ich gesagt wäre für mich short erstmal nicht interessant weil er im zweifel sonst ja eben auch oben davon galoppieren kann insbesondere wenn er 2 70 wieder drüber macht so haben wir es gestern gesagt denn dann sollten eben auch schnell 360 4 45 bis sogar 500 drin sein und die ist es auf den punkt geworden nun eigentlich den dritten tag in folge dass unser dax jetzt hier oben raus ziele trigger sauber durchgelaufen bekommt na das sollte einem auch definitiv gleich zum jahresanfang noch mal definitiv sensibilisieren dafür wofür stop loss da sind dafür wie man trade setups aufbaut und so weiter damit man eben nicht sage ich mal bei 500 jetzt noch einen short drin hat den man irgendwo bei 59 39 800 14 1000 gezündet hat damit man eben diese wenn der dax über 2 70 dann für sich eben nutzen kann und dann auch seine trades aus dem risiko nimmt und hier eben nicht wochentage lang im minus dann ewigkeiten irgendwas aussitzen das ist nicht ziel und zweck der sache ansonsten wäre dann jetzt schon die ersten drei tage im jahr merkt alter ich habe es im letzten jahr schon oft genug falsch gemacht ich mache es offenbar dieses jahr auch wieder falsch und er kann sich gerne seminartermin gönnen magdeburg 25 bis 26 jahr zweiter ich weiß euch einmal den kopf fleißig ich will euch nicht versprechen dass wir dass ihr danach multimilliardär werdet und die absoluten überprost im trading aber ich kann euch glaube ich sehr sehr gut helfen einem so eine gewohnheiten ein bisschen raus zu kriegen einfach dieses meine devise ist immer ich helfe euch weniger verlust zu machen und gewinnen könnt ihr auch so ihr könnt auch alleine gewinnen machen ihr macht auch gute trades so alleine das macht jeder für sich gewinnt trades aber es ist das ist gewinnt trades machen können alle im trading sonst würden sie nicht mehr traden ja die kunst wie ich professionell wert ist wie ich mit meinen verlusten umgehe und das ich zeige euch natürlich auch wie ich meine setups war was ich für set up was andere für set ups haben aber ich fokussiere euch einfach ein bisschen darauf wie man besser mit verlustpositionen umgeht damit ist eben nicht so ist dass man in drei so tagen sage ich mal das trading ergebnis von einem kompletten monat zerbombt wie katie woods die die hier die ganze zeit auch gegen den markt ballert und ihre fette etf performance völlig zerhäckselt hat ja das ist nicht ziel und zweck der sache die die gut sind das sind die die ihre gewinne halten können und das muss man lernen das kriegt man nicht in die wiege gelegt das kann man auch nicht instinktiv das funktioniert nicht da muss da muss man einmal sich im kopf gedreht bekommen und dafür braucht halt noch einen trigger und das kann ich euch eben anbieten also wer da zeit und lust hat vorbeikommen will 25 26 februar in magdeburg ist natürlich kostenpflichtig das seminar weitere infos dann einfach per mail hänge ich auch hinten noch mal rein und um mit donnerstag wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig wir haben es auch im verteiler bei uns im postfach jetzt noch mal herum geschickt gehabt das ist für mich eine wichtige stelle die wir erreicht haben also auf mehrere ebene es ist auch im tag ist schaut das obere bollinger band wäre ich jetzt zum donnerstag mal ein bisschen feinfälliger wie auf den hochs umgeht mich würde das nicht wundern wenn er jetzt anfängt plötzlich zu stellen kann und die hochs nicht mehr annimmt und wenn der rote stundenkerzen wirft zum donnerstag hier oben ich sag mal von einem neuen hochweg oder und beginnen an meinetwegen auch gerne auch und er kippt uns dann unter vier fünf und vier oder unter 14.450 erst mal drunter dann kann er schnell auch wieder bei 270 stehen halt na und zumindest als ersten instanz erst mal ein bisschen schwung holen dann müsste man sich hier unten noch mal angucken wie er sich wieder aufdreht weil wir sind jetzt auch relativ viele offene gaps oder so warte mal so viele sind es gar nicht aber hier ist auf jeden fall ein offenes gap hier ist auf jeden fall ein offenes gap und hier unten haben wir auch noch das 85er da muss man da muss man ein bisschen gut aufpassen wie wie er sich bewegt wie er auftritt und so weiter aber wer von oben kommt jetzt so 300 bis 270 wäre schon rücklauf potenzial da also wenn er hier oben jetzt hochs nicht mehr annimmt oder sowas dann geht es bis da unten heißt aber auch bevor da keine roten stundenkerzen irgendwie rum kommen oder drin stehen braucht man auch nicht zu viel optimismus haben dass das nach unten knallt und zwar macht er nämlich einfach weiter und nimmt noch das letzte hoch raus hier dann knallt er die ganzen stop loss von allen die im dezember short drauf gegangen sind raus indem er das hier nach oben raus klickt und das wäre dann erst bei 670 das heißt entweder hier oder gar nicht würde ich fast sagen weil wenn er höher geht hier oben liegen die stop loss da liegt das futter da liegen die orders das volumen da wird er nicht drum herum kommen dann auch rein zu handeln in die ich sag mal 14 700 bis 14 800 ja das heißt wenn er sich am donnerstag gut macht und er zieht einfach ruhig entspannt flach zur seite und nach oben dann gibt dem platz bis 700 800 das kann er noch holen dann macht er hier die orders dann kommt von hier erst mal wieder gegenbewegung und dann kann vielleicht sogar noch weiter steigen in den folge wochen ja aber wenn er sich jetzt hier richtig und mit schmack ist runter dann geht es erstmal zu 270 und wenn er sich dann dort dumm anstellt gibt es den gap plus bei 200 und dann geht es auch die nächsten tage wieder ein bisschen zurück ja wenn er sich gut anstellt und auf der 300 270 nur auch richtig nach oben reißt und wieder oben schließt dann ist auch wieder 700 bis 800 fast als ziel drin ja soweit erstmal meine erwartungshaltung tagesstatt kann ich euch auch noch mal zeigen dass sie sehr sehr stark aus ich lasse mal den pfeil hier unten drin der bleibt hier gültig das heißt wenn wir hier unten eine reaktion rein kriegen und der markt läuft hier unten rein dann würde ich trotzdem mit einer guten gegenwärter erwarten also um rechnen ich würde mit einer guten gegenwärter rechnen ähnlich wie das was wir jetzt hier sehen ja könnte fast sogar noch mal so weg stellen aber eben auch erst wenn er dann da einsteckt hat das heißt auch wenn wir hier neue tiefs kriegen dann unter 334 und beispielsweise er kippt jetzt hier vom oberen band weg reißt hier runter wäre das dann tatsächlich auch anlauf ziehen also zack 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 das bleibt also nicht weg jo gut sieht aber auf jeden fall stark aus ne habt aber in erinnerung das war der jahresauftakt 2022 war auch super gut auch fast neue allzeithochs gerissen börsen optimismus quasi auf 100 prozent allzeithoch 100 prozent zustimmung optimismus und so weiter aber dann ging es trotzdem gutes stück zeug jetzt haben auch drei tage im neuen jahr hinter uns bin ich sehr 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 gespannt wie er sich am donnerstag auf neuen hoch schlägt also ich werden die neuen hochs abverkauft gehe ich davon aus dass wir auf 270 zurücklaufen verkaufte die neuen hochs nicht ab und hält die dann hauen sie hier oben die shops raus die hier dann buchten die hier einmal noch mal rein in die 700 800 wird er nicht drum rum kommen das kann auch schon am donnerstag erreichen ja von daher machen wir so wie gesagt überlegt euch das mit dem seminar noch mal insbesondere diejenigen die hier gerne mal ein monatsgehalt in wenigen tagen verlieren das muss nicht sein naja das kann man auch lernen das kann man trainieren dafür sind wir da das können auch wirklich ganz gut und wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin